Hm, hm. Gut. Jetzt. 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 Boss. 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 Nein. Hm, bo, da. Ich hab Angst. So. Der ist mir nicht geheuer. So. Wir haben jetzt eh Doppeljump und vielleicht haben wir jetzt eine bessere Chance. Ich kann ihn jetzt schon nicht mehr... Ja, komm. Jetzt erschein doch mal. Irgendwo bist du. Ich weiß noch nicht wo. Unter mir der böse Fisch Und da ist er Ja, ich hab ihn getroffen Ich hab genau gehört, einen Treffer hab ich gemacht Wow, das ist geil Runter mit den Daumen, IM Daumen, danke Was macht er denn jetzt? Oh Gott Was soll das? Oh nein Oh, ich hasse es im Wasser zu landen, weil das macht mir schaden Weil der kleine Fisch unter mir, dieses kleine Teufelsrochenvieh Da mir irgendwie Ah, ich hab ihn schon wieder einen Treffer verpasst Yeah, noch 126 Schuss Das waren 3 Treffer, ich hab's genau Scheiß Fisch, Scheiß Fisch Nein, nicht da drunter, ich, das ist die Kacke Überhaupt, ja, dann nehme ich, passiert so Ja, oh, überhaupt nicht voll mit Fehlern Das Spiel, nein Was zum Geier Was soll das? Das ist dumm und unfair So, einen Treffer verpasst Wow, schön, ja, mein Boot schwimmt auch noch weiter weg Ja, komm genau dann auf Das ist eine Kacke, dieser Kampf Hallo So Boah, noch größere Flamme vielleicht Wie geht das denn? Ja, ich hab schon wieder halbes Leben Bei so einem dummen Boss Echt, was soll das? Nur wegen diesem Scheiß Fisch unter mir Ja, und wegen so einer Kacke Da kann man ja auch so perfekt ausweichen, ne? Schön, Kinder Schön Na, komm mal unten Das waren drei Treffer Sehr gut, immerhin Ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst Ja, mein Leben piept schon Klasse Ich bin gleich tot, aber sowas von Oh Gott, wie viele Treffer hältst du aus? Das ist doch ein Verarsche Nö, kein einziger Treffer Wie schön war das denn? Äh, 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 äh Bin mächtig Ich bin cool Und nicht schwul Schnauze So, wir gucken mal nach rechts Was? Und das? Hm, hm, was? Was? Das war alles? Komm, nein Ist so ein Scherz, oder? Ich krieg schon wieder Nix Gar nix Nix Nicht den Hauch einer Belohnung Das ist so Boah, nicht mal die Tür ist auf Alter Gut, ab in die Stadt Speichern Und dann gucken wir, ob jetzt In der Ägyptenwelt eventuell Dieses schöne Teil da ist Was ich Nein Ich wollte speichern, habe ich gesagt So, hier, speichern Also, da bist du ein Spiel speichern Ja, du willst, okay Ich hab das Spiel gespeichert Nein, 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 nein Continue Aber ich habe hier nur besiegt Das ist, äh, ganz gut Ich habe schon vier Vier Eins, zwei, drei 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 Bosse besiegt Na, immerhin besser hat's nix So Ägyptenwelt Ich bleib bei der Peitsche So, aber ne, das ist falsch Denn wir müssen in die Wasserwelt So wie Wasserwelt So Ja, denn wir müssen hier nach unten Da, diep, du Du, diep, diep, da Die Musik Tra, la Die kleinen Sachen hier Ich werde an der Hand gekrault Von ihrem Kraule-Maule So, hier rüber Und die kleine Seepferdchen tot Hier, das ist die nette Version von dem bösen Fisch Den wir eben gerade im Bosskampf hatten Oh Na, äh, na Nein, Seepferdchen Ich habe auch Seepferdchen abzeichnet Aber ich bin zu bösen So Hm 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 So, hier nach unten Denn hier haben wir das Wasser schon lange abgelassen Gehen wieder hier hin Jetzt hier hinten Jetzt landen wir hier Und Die Statue ist natürlich immer noch da Warum auch nicht So, springen wir hier Und landen wir Immer noch nicht Hier ist nix Das ist ein Scheiß Sag ich euch Das ist ein Kack Ich möchte an die Schatztruhe da rechts mal Bitte irgendwann in meinem ganzen Leben rankommen Die schaut lecker aus Die schaut gut aus Aber ich komme da nicht ran Es ist Licht jetzt vielleicht mal an In diesem scheiß anderen Gang dort Ja, Fledermäuse Erwisch mich unter Wasser So Äh Schwimmende Fledermäuse Habe ich auch noch nie gesehen Na, egal Und Nix Licht Nix, gar nix Alles dunkel Wie viel Hier latsche ich doch nicht weiter Soll ich jetzt in der Wasserwelt gucken Ob da oben irgendwas passiert ist Beim Boss Oh, dann gucken wir halt da hin Ah Da, die, da Du, da, die, da Oh, Geld Jetzt hier lang Aber ich glaube da ist mal wieder nix passiert Warum auch Bei dem Giganten ist nix Hallo Bei dem Giganten ist nix passiert Warum soll bei dem was passieren Das wäre zu eigenartig Aber Schaden guckt ja nix Äh Gucken schadet ja nix Schaden guckt ja nix Das ist auch interessant Ja Zack, zack, zack Mist Zack, mh, Mist Schub, 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 schub So Schub, 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 kaputt Schub, 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 schub Pff Och man Och man Och man Jetzt Danke Landen Warten Tage und Wochen Und Stunden Monate Sekunden Was? Was? Das ist der schon Price Fisch, Schad Das ist Dieser böse Fisch Der aus dem Wasser springt Wenn er Ne, was dann Ja, da kam doch die Fee raus Vor ungefähr 5 Minuten Boah, ja Boah, nächstes Mal verlässt du den Raum, wenn ich spiele Echt, ey So, jetzt warten wir hier auf den Aufzug Schön Gucken, ob der Fisch da ist Wenn nicht, dann war es das auch für heute Aber ich habe auch wieder lang genug gespielt Und, ja, warum soll sich auch irgendwas verändert haben Hier jemals im Spiel Schön Hier haben wir schon lange was abgelegt So ein Scheiß Gibt es jetzt ein Special Boat Ride? Ne Ah, Moment, aber ich kann mit den Dingern hier wenigstens da unten Mal gucken Ja, bringt nichts, gut Und jetzt komme ich einfach raus und bin wieder hier Ja, war ja klar Aber ich kann nicht zurück Geile Spiel Ja, ja Ja, ja Was für ein Sturz Aha Nun gut, Leute Das war schön Ich kam Ein bisschen weiter Ich habe zwei Items wieder bekommen Pro Stunde zwei Items Das dauert noch ewig Das Spiel Ach du Scheiße Gut Bis zum nächsten Mal Sagt euch Lamulana Tschüss